Wie leer ist es da, wo etwas war? Wo was war? Etwas, was nicht mehr da ist. Und ist es nicht mehr da? Warum nicht? Und wirklich nicht? Kann es nicht wieder da sein? Darf es nicht wieder da sein? Ist deshalb alles so leer? Wie groß muss gewesen sein, was da war? Dass alles jetzt, wenn es vielleicht nicht da ist oder vielleicht nicht mehr da sein wird, so leer ist. Dass Leere in Leere übergeht oder untergeht oder ruht? Müsste Ruhe nicht eigentlich anders sein, als das, was leer ist und doch kalt ist? Obwohl das Leere nicht kalt sein kann, als das, was leer ist und doch noch brennt? Obwohl das Leere nicht brennt? Obwohl das Leere nicht zuschnüren kann. Obwohl das Leere den Hals nicht zuschnüren kann. Was ist es also? Obwohl das Leere nicht kalt sein kann. Als das Leere nicht kalt sein kann, als das Leere nicht kalt sein kann.